Kurze Sätze mit Udder. Magst du rot oder blau? Magst du rot oder blau? Magst du rot oder blau? Kommst du um sechs oder um sieben? Kommst du um sechs oder um sieben? Kommst du um sechs oder um sieben? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Ist das ein Apfel oder eine Tomate? Ist das ein Apfel oder eine Tomate? Ist das ein Apfel oder eine Tomate? Möchtest du Tier oder Café? Möchtest du Tier oder Café? Möchtest du Tier oder Café? Kommst du heute oder morgen? Kommst du heute oder morgen? Kommst du heute oder morgen? Wir fahren nach Berlin oder Hamburg. Wir fahren nach Berlin oder Hamburg. Wir fahren nach Berlin oder Hamburg. Ist das dein Buch oder meines? Ist das dein Buch oder meines? Ist das dein Buch oder meines? Wollst du Pizza oder Pasta essen? Wollst du Pizza oder Pasta essen? Fährst du mit dem Bus oder mit dem Fahrrad? Fährst du mit dem Bus oder mit dem Fahrrad? Magst du Rot oder Blau? Magst du Rot oder Blau? Magst du Rot oder Blau? Kommst du um sechs oder um sieben? Kommst du um sechs oder um sieben? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Ist das ein Apfel oder eine Tomate? Möchtest du Tier oder Kaffee? Möchtest du Tier oder Kaffee? Möchtest du Tier oder Kaffee? Kommst du heute oder morgen? Kommst du heute oder morgen? Kommst du heute oder morgen? Wir fahren nach Berlin oder Hamburg Wir fahren nach Berlin oder Hamburg Wir fahren nach Berlin oder Hamburg Ist das dein Buch oder meines? Ist das dein Buch oder meines? Ist das dein Buch oder meines? Wollst du Pizza oder Pasta essen? Wollst du Pizza oder Pasta essen? Wollst du Pizza oder Pasta essen? Fährst du mit dem Busch oder mit dem Fahrrad? Fährst du mit dem Busch oder mit dem Fahrrad? Kommst du um sechs oder um sieben? Kommst du um sechs oder um sieben? Kommst du um sechs oder um sieben? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Soll ich den Film schauen oder das Buch lesen? Ist das ein Apfel oder eine Tomate? Ist das ein Apfel oder eine Tomate? Möchtest du Tier oder Kaffee? Möchtest du Tier oder Kaffee? Magst du rot oder blau? Magst du rot oder blau? Magst du rot oder blau? Kommst du heute oder morgen? 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 propri Ettlich! Kommst du heute oder morgen? Fileisers violating Kommst du zwei Stunden? Du hast jedenfalls unterschiedlich und Fährst du mit dem Busch oder mit dem Fahrrad? Wir fahren nach Berlin oder Hamburg. Wir fahren nach Berlin oder Hamburg. Ist das dein Buch oder meines? Ist das dein Buch oder meines? Ist das dein Buch oder meines? Das ist dein Buch oder meines? Das ist dein Buch oder meines?